Julia Schmidt fragt Beatsmeet. Wart ihr bei der Bundeswehr oder habt ihr ein soziales Jahr gemacht? Ich musste wieder noch machen, wieder Bundeswehr noch soziale Arbeit, denn ich bin ausgemustert worden. Aufgrund von Plattfüßen, X-Beinen und einem halben Rückenwirbel mehr, den ich in meiner Wirbelsäule habe. Also, fragt besser nicht. Auf jeden Fall durfte ich mir in der Zeit die Eier schaukeln. Ich habe Zivildienst gemacht und zwar in einer Tagespflege. Das heißt, die alten Leute sind morgens dahin gekommen zum Frühstück. Da gab es dann auch Frühstück. Dann haben wir das Mittagessen irgendwann, dann gab es Kaffee und Kuchen und dann sind die wieder nach Hause gegangen. Und den Rest der Zeit mussten die halt unterhalten werden. Also irgendwie so Kindergarten für alte Leute. Das war krass teilweise, weil die alle... Das heißt alle, aber größtenteils hatten die halt Alzheimer. Und das war schon sehr heftig, wenn die dann vergessen, wie ihre Kinder heißen und die irgendwie nicht mit nach Hause nehmen wollen. Das war schon heftig. Also ich wollte ja sogar beim Bund studieren. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber Maschinenbau kann man auch beim Bund studieren. Und fand ich mal ganz interessant, mich da zu informieren. Aber so richtig was draus geworden ist das nix, weil ich dann doch irgendwie Bund nicht so toll fand. Hab, ja, eine Allergie und dann hab ich gesagt, na, dann lass ich mich ausmustern, legen wir das ein bisschen so aus, ja, als wenn das dramatisch wäre. Und, ja, musste ich nicht. Also ich bin quasi, ja, Gruppe. Die Frage ist, ob wir bei der Bundeswehr waren oder ein soziales Jahr gemacht haben. Und die Antwort ist, ich hab meinen Zivildienst geleistet. Und zwar zu einer Zeit, wo man neun Monate lang Zivildienst leisten musste. Und das war auch eine ganz coole Zeit. Ich hab mich beworben als Handwerker, also als Hausmeister. In so einem relativ großen Gebäudekomplex, wo es ein Altenheim gab und eine spezielle Einrichtung für Leute, die sich an nichts mehr erinnern können. Das Geile ist, dass ich grad den Namen der Kranke, Demenzkranke, supergeile Ironie gerade. Und sowas. Und da hab ich mich als Hausmeister beworben, das war ganz cool. Und bin nachher im Endeffekt sehr häufig bei Büros eingesetzt worden, weil die Leute keine Ahnung von PCs hatten und ich schon. Das war ein super Zivildienst, super viele nette Leute kennengelernt da. Nö, ich habe weder Bundeswehr noch irgendeinen Zivildienst gemacht. Ich hatte drei ältere Brüder, ich hatte dadurch ein Jahr gespart. Das war cool. So, hier beim neu gestrichenen Flur jetzt, der aktuell komplett leer ist, kann ich aber ganz gut sagen, dass ich hier weder ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe, noch beim Bund war. Weil zu der Zeit, als ich zum Dienst gezogen wurde, gab es den Zivi noch. Ergo war ich Zivildienstleister. Ich wurde zu Ursprung mit dem Bund, hat sich dann aber anders ergeben, was daran lag, dass ich meine Zeit als Zivildienstleister anrechnen konnte, als notwendiges Praktikum, um anschließend studieren gehen zu dürfen. Also, ganz kurz, ich habe Fachabitur gemacht, dann bin ich schon in Verwaltung. Damit hätte ich aber nur eine FH studieren dürfen. Und ich wollte aber an die Uni gehen und da musste ich dann ein zwölfwöchiges Praktikum nachweisen. Und da habe ich ein Zivildienst gemacht und habe dann im Bereich Verwaltung gemacht. Und die haben mir nachher dann auch ausgeschildert, dass das ein Verwaltungsbereich war. Und damit habe ich mein Praktikum erfüllt und durfte dann dementsprechend dann studieren gehen, so wie ich das gerne wollte. Ergo habe ich ein Zivildienstleister gemacht, um die Frage zu antworten. Ich bin ein Zivildienstleister. Ich bin ein Zivildienstleister. Ich bin ein Zivildienstleister. Ich bin ein Zivildienstleister.